Guten Morgen, ich bin Gina von Futures Probes und was wir mit Stichproben aus der Zukunft meinen und warum wir das machen, das erklären wir euch jetzt in den nächsten 5 Minuten. Vorab eine kleine Begriffsklärung. Wenn wir von Zukunftsbildern sprechen, dann meinen wir die Vorstellung in den Köpfen von Menschen über Zukunft und die damit verbundenen Wünsche und Hoffnungen. Beispiel eine Welt ohne Zoos oder Städte ohne Autos. Diese Zukunftsbilder sind wichtig, denn nur das, was wir uns vorstellen können, ist das können wir auch gestalten. Aber Zukunftsgestaltung ist ein Privileg. Das heißt, die Zukunftsbilder von sehr wenigen sind die Grundlage von Zukunftsgestaltung und das repräsentiert nicht die Vielfalt unserer Gesellschaft. Oftmals werden nur die gehört, die laut sind, die, die in Machtpositionen sind, die, die viele Privilegien innehaben. Das ist nicht repräsentativ, das ist nicht inklusiv, das ist nicht demokratisch und das ist vor allem auch nicht fair. Denn Zukunftsbilder sind sehr vielseitig. Jeder Mensch hat Zukunftsvorstellungen, Zukunftswünsche und Hoffnungen bezogen auf die Zukunft. Weil Zukunft uns alle etwas angeht, sind alle Zukunftsbilder gleich viel wert und müssten alle sichtbar sein. Denn wir alle haben das Recht, mitzusprechen und Gesellschaft mitzugestalten. Und genau da setzen wir mit Futuresprobes an. Mit Futuresprobes unterstützen wir Menschen zum einen, sich konkrete Gedanken über ihre Zukunftswünsche zu machen und diese auszuformulieren. Wir machen diese Zukunftsbilder in ihrer Vielseitigkeit sichtbar und greifbar und wir machen die Zukunftsbilder für andere nutzbar und schaffen Wirksamkeit. Indem wir Zukunftsbilder sammeln, nehmen wir letztendlich Stichproben von verschiedenen möglichen und wünschbaren Zukunften und machen diese auf unseren Petrischalen für alle sichtbar. Das machen wir mithilfe eines Online-Zukunftsfragebogens, einer Online-Galerie zu den verschiedenen abgegebenen Zukunftsbildern sowie schließlich mit partizipativen Formaten und Publikationen. Und wie genau wir das machen, das zeigt Katrina euch jetzt auf unserer Website. Hallo zusammen. Wir befinden uns jetzt auf der Startseite von Futuresprobes. Wie ihr sehen könnt, könnt ihr direkt schon heute mitmachen, wenn ihr wolltet. Ihr müsst nur hier auf Mitmachen klicken und so befinden wir uns sofort auf der Mitmachseite. Hier werden noch einzelne Rahmenbedingungen gezeigt und ein kurzer Überblick über den Zukunftsfragebogen. Dieser ist insgesamt in fünf Schritte aufgeteilt und leitet die Teilnehmerinnen durch etablierte wissenschaftliche Zukunftsmethoden zu konkreten, wünschbaren Zukunften. Ganz konkret sieht der Zukunftsfragebogen dann so aus. Er ist momentan auch in der Beta-Version auf Vukleforms zu finden. Im ersten Schritt fokussieren sich die Teilnehmenden auf ein Problem oder eine Herausforderung bezogen auf das gewählte Thema. In weiteren Schritten wird aus diesem Problem etwas Wünschbares und konkretisiert. Im letzten Schritt schreiben wir Teilnehmenden einen Brief aus ihrer Zukunftswelt, welcher dann auch Teil der Online-Galerie wird. Hier nochmal kurz der Ablauf. Nach dem Ausfüllen des Zukunftsfragebogens prüfen wir von Futures Proofs ihn und erstellen eine Visualisierung und veröffentlichen dann das Ganze auf unserer Online-Galerie. Hier sind schon mal die ersten Zukunftsbilder zu unserem aktuellen Thema deutscher Tourismus zu sehen. Und ein Zukunftsbild kann im Detail dann zum Beispiel so aussehen. Ansonsten kann man auf der Website neben Informationen über Zukunftsforschung natürlich auch noch mehr über die Köpfe hinter Futures Probes erfahren. Das sind wir nämlich, Lidl Dottia, Elena Arter-Lisleyes, Katrina Günther, das bin ich, und Gina Strecke, die jetzt auch an dieser Stelle wieder übernehmen wird. Wir haben euch jetzt gezeigt, wie wir über den Fragebogen Menschen dabei unterstützen, ihre Zukunftsbilder zu formulieren und wie wir sie auf der Website durch eine Galerie sichtbar machen. Jetzt fehlt aber noch, wie macht man das gesammelte Wissen für andere nutzbar und vor allem, wie macht man das wirksam? Durch Ausstellungen, Workshops, Audioformate und Kooperationen machen wir die gesammelten Zukunftsbilder für viele verschiedene Menschen einlemmbar. Damit erschaffen wir eine frei zugängliche Wissenskultur um Zukunfte. Durch Veröffentlichung und Bündeln der Zukunftsbilder und Studien erschaffen wir eine Grundlage, die Personen in Hebelfunktion dienen kann. Zum Beispiel, um Entscheidungen auf der Basis von Zukunftswünschen vieler verschiedener Menschen zu treffen. Oder sich von diesen für Visionen und Utopien inspirieren zu lassen. Noch Fragen? Zum Beispiel, wer darf da eigentlich mitmachen? Bitte alle! Denn je mehr unterschiedliche Menschen mitmachen, desto unterschiedlicher sind die verschiedenen Zukunftsbilder. Wir werden spezifische Themen haben, jetzt zum Beispiel als erstes Tourismus. Es wird aber immer auch einen themenoffenen Fragebogen geben. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, wozu das Ganze eigentlich? Ja, letztendlich geht es uns um die Demokratisierung von Zukunftsgestaltung. Jede Person in unserer Gesellschaft sollte repräsentiert werden und aktiv mitgestalten können, wenn es darum geht, Entscheidungen für unsere gemeinsame Zukunft zu treffen. Der erste Schritt, um das zu ermöglichen, ist es, die Zukunftswünsche sichtbar zu machen. Denn freies Wissenschaft veränderung. Wie kann ich mitmachen? Teile uns zum Beispiel dein Zukunftsbild über den Fragebogen mit und beteilige dich dabei aktiv an der Demokratisierung von Zukunft. Oder tritt mit uns in Kontakt, hilf uns bei der Visualisierung von Zukunftsbildern und der Themenauswahl für die nächsten Runden. Und wenn du eine Person in Hebelfunktion bist, weißt du bestimmt, dass es Verständnis und Inspiration benötigt, um kluge Entscheidungen treffen zu können. Futures Props bietet dir als Person mit Hebelfunktion den Ort, sich über Visionen und Wünsche verschiedener Menschen zu bestimmten Themen zu informieren. Vielen Dank fürs Zuschauen.